Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo und zwar wird es an diesem Samstag, also am 23.03.2013 um 18 Uhr ein kleines Minecraft Hunger Games und PvP Event geben. Ob wir wirklich beides spielen, Hunger Games und PvP, wissen wir noch nicht. Wir wissen auch nicht den Server, weil wir noch nicht wissen, ob wir einen eigenen bekommen. Das wird alles noch geklärt. Ich werde mitspielen auf jeden Fall. Natürlich Kai wird eventuell mitspielen. Dann haben wir noch unseren Neuzugang Lars, der mitspielen wird, denke ich mal. Und noch etliche Leute mehr. Wenn ihr selbst mitmachen wollt, schickt mir doch bis Freitag 18 Uhr eine PM. Hier an meinen YouTube-Kanal. Oder halt an meine Facebook-Adresse, facebook.com. Und um mitzumachen, braucht ihr auf jeden Fall Teamspeak und natürlich halt ein Mikrofon, wenn ihr halt mitreden wollt oder nicht. Ob das Ganze aufgenommen wird, weiß ich noch nicht. Da muss ich nochmal gucken, ob ich das mache. Sonst ist es halt ein einmaliges Event. PS, nur mit Original-Minecraft. Das heißt, wir werden keine gecrackten Minecraft-Leute mitnehmen. Ihr müsst schon Minecraft wirklich gekauft haben. Leute, 20 Euro für so ein geiles Spiel ist nicht die Welt. Ja, was muss ich noch sagen? Der Server wird dann in Teamspeak bekannt gegeben. Das heißt, ich werde so, denke ich mal, ab halb sechs dann in Teamspeak online sein, mit euch reden. Ähm, und dann werden wir um sechs Uhr dann anfangen. Das ganze Event wird, weiß ich nicht, eine Stunde dauern. Kommt halt darauf an, was wir so schaffen in der Zeit. Ähm, ich habe mir auch überlegt, das Ganze als Livestream laufen zu lassen. Das ist aber noch nicht sicher. Ja, dazu werde ich dann nochmal ein Video machen, eventuell. Und, ähm, ja. Ich würde sagen, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Und ich freue mich, wenn wenigstens ein paar von euch mitmachen würden. Samstag, 23.03., 18 Uhr. Dankeschön. Und, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann, falls ihr mitmacht. Ciao.